hallo leute und willkommen zu einer runde mini craft b2b heute wieder SG am start heute eine runde SG wo ich ein bisschen was erzählen möchte noch nebenbei by the way und ja erstmal versuchen irgendwas aus der scheiß anfangstruhe zu bekommen ja immerhin etwas immerhin etwas schnell wieder weg 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 los 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 lauf Johnny lauf Johnny so würde gerne einmal zu meiner Tattoo ja was wollte ich erzählen ich habe es vergessen erstmal genau hallo ich habe ja aktuell ich bin übrigens in Teams erlaubt weil ich dachte so den haben wir dann teamkollege keine ahnung wo der ist ja wir sind aktuell ein Team NSG hier weil ich Lust hatte darauf wollte noch was erzählen gerade genau mein Ablaufplan habe ich ja gestern erzählt ich würde jetzt gerne immer um 12 Uhr mini craft bringen so wie jetzt wahrscheinlich ich hoffe das kommt pünktlich um 14 uhr 30 kommt ein Vlog wenn einer vorhanden ist damit meine ich immer vielleicht kommt auch gar nichts an den Tag also wisst ihr was ich meine wenn ich keinen Vlog habe so ich habe ja nicht immer Vlogs ich mache ja nicht jeden Tag so also merkt euch 12 Uhr sonst 12 Uhr Minikraft und um der lustigen Uhrzeit 17 Uhr 30 kommt dann immer mein Nicht-Minikraft-Projekt so für die die das noch nicht mitbekommen haben und ich hatte vor mal wieder ein altes Projekt von mir aufleben zu lassen und zwar Naubor Cut hätte ich mal wieder Lust aufleben zu lassen ihr könnt mal eure Meinung dazu schreiben wie ihr das finden würdet für die die alle nicht wissen was das ist das ist ein altes Projekt von mir ähm ich erkläre das Grundprinzip das Grundprinzip ist ich spiele 2 bis 3 Runden SG mindestens 2 maximal 3 ähm das entscheidet sich dann immer wie viele Runden ich spiele wie lange es dauert wenn es 2 Runden schon 15 Minuten gehen ähm beispielsweise dann ne da sieht mal der nichts der arme Junge dann nur 2 sonst immer mal äh sonst halt 3 ne sonst halt ähm 3 3 3 3 3 ich will noch irgendwas äh Moment 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 so genau hintereinander ungeschnitten das heißt ähm wenn ich 3 Runden lang zum Beispiel direkt hintereinander verliere ist das halt so ne so zum Beispiel das ist das Grundprinzip also 2 bis 3 Runden ungeschnitten hintereinander wo ich so die Besonderheit dazu ist halt oft übrigens ist ungeschnitten vielleicht kennen das ja Leute vom Domdom ähm ja ist ein altes Format von mir nochmal so ich das irgendwie wieder meine ist voll nicht laut warum bewege ich mich so lustig ne ich versuche den mal irgendwie weiterhin zu verfolgen ne der andere verfolgt mich nicht ähm die Besonderheiten dazu waren ich hab da halt viel über Themen geredet weil das bietet sich gut an bei sowas ähm da halt Themen auch die ihr vorgeschlagen habt oder ich hab halt Fragen aus den Kommentaren beantwortet oder Fragen von Twitter ne über den Hashtag hab ich dann Fragen von Twitter beantwortet hat man daran erkannt wenn dann im Summoner einfach ein Twittervogel war zum Beispiel ähm all sowas wo rennt der Junge hin hab ich ihn Dachgrade den krieg ich nicht mehr ähm was hab ich noch gemacht genau das zum Beispiel und dazu hab ich oft Challenges gemacht damit meine ich damit meine ich ich hab dann einfach irgendwie ähm sowas gemacht wie gewinne eine Runde ohne eine Truhe zu öffnen so als Beispiel geh weg man geh weg man ja 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 hab ich den noch bekommen ich dachte den kriege ich nicht ja haben wir den noch bekommen den jungen Mann ne ne wunderschön wunderschön ja ja also könnt ihr mal gerne eure Meinung schreiben äh ich werde das Format gerne auch nochmal ausführlicher dann wenn die erste Folge hochkommt erklären so aber im Titel wird weiterhin normal SG stehen nur im Summoner steht der No More Cut so weil es ist ja im Prinzip immer noch Survival Games ne nur halt mit diesen kleinen Besonderheiten so deswegen nenne ich es auch No More Cut weil es ungeschnitten ist komplett ja ja wisst ihr Bescheid ja ist okay alter ja ist okay alter hast du geraucht alter war das knapp erst bei der Nebenangel weil ich so aufgeregt war kommt der andere Fraggle ich muss leben regenerieren oh Gott er verfolgt mich noch da nein na 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 alter na na ah verdammt komm her was hast du bitte für ne Range der hat ja einfach mal richtig üble Pinions verteilt irgendwie keine Ahnung ich fand die haben irgendwie richtig gut gehittet man das macht mich traurig ich hab nicht solche Hits verteilt sie haben echt gute Hits verteilt beide das war ja ein Team naja äh haben es ja trotzdem mal wie geschafft so ähm bis zur nächsten Folge wieder bis da und tschüss bis zur nächsten Folge